Bandscheibenschäden ereignen sich dann, wenn die Bandscheibe geschwächt ist, wenn der Faserring, die äußere Hülle der Bandscheibe spröde wird, unelastisch wird, dann rissanfällig wird und bei großem Druck die Gallertmasse, die in der Bandscheibe als Puffer dient, dann sich durch diesen Faserring nach außen drückt. Das kann mit Schmerz einhergehen, das kann aber auch in kleinen Etappen passieren, sodass der betreffende Patient es gar nicht so richtig realisiert hat, dass da was Schlimmeres sich entwickelt hat.